So willst du begrüßen? Hi, warum nicht? Ah ja, dann mach mal. Ja, die Aufnahme läuft schon. Mach! Hallo, der zu Black of 2. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass die Aufnahme läuft. Ah, nerv! Jetzt schreibt mich schon wieder diese Franzosen an. Leck mich! Hey, der Tobi spielt mit. Der Tobi, der Tobi. Und der Apfelbaum. Ja, schön. Ja, schön. Wieder dabei ist der Prophet, mein Gast. Yay! Was? Das ist dein Kanal. Ja, du bist mein Gast hier, da hast du was falsch verwechselt, aber. Pakistan, yay. Wo die kleinen Kinder Panzer fahren. Yay! Yay! Wollen, wollen ja, äh, irgend so Depney wollen ja zu, äh, wie Hunger Games einen Themenpark eröffnen. Ey. Was soll man da machen? Panzer fahren? Team Deathmatch. Team Deathmatch. Aber ich nehme meine Vector. Nein, ich nehme meine andere Waffe, ich habe die vorhin. Ah, deine dreckige Mutter hat mich gekillt. Guess what? 5, 6, 5. Oh, hi, da bist du. Da läuft einer von der dreckigen Sorte. Nein! Assist. Hast du den Kill gemacht? Ich habe auch einen Assist. Ne, ich habe auch einen Assist. Bist du gestorben? Bist du gestorben? Das denke ich mir. Ja. Effektives Punkte machen, ne? Nein, wie schnell hat der mich denn gesehen, bitte? Ha, töten? Äh, was? Au. Das wollte ich gar nicht. Ja, ich kille ein. Oh, ich habe zwei Ssets gekauft. Okay, ich dachte, ich hätte gerade einen Doppelkill mit der Pistole gemacht. Und ich habe meinen ersten Kill mit der Pistole gemacht. Das ist gut. Die jugendfreie Let's Plays. Hier, also dieses Spiel, ne? Das ist ja überhaupt nicht gewaltbegrüßend oder sowas. Überhaupt nicht. Nein. Da stößt Gewalt ab. Nö, das spielt einfach die Realität wieder. Ganz einfach. Genauso wie GTA. Genau. Und Saints Row. Saints Row sind noch am realistischen von den ganzen. Nein! Aua. Ah, der hat uns beide gekillt. Ja, ich weiß. Oh, ich habe den nächsten Gegner gefunden. Und der ist tot. Ey, die Swat 565 ist gut, die Waffe. Muss ich ja schon sagen. Wenn ich die freigeschaltet habe, probiere ich die dann auch mal aus. Die könntest du... Also ich habe es dir schon freigeschaltet. Das heißt, du musst sie nur noch freischalten mit deinen Token. Ja, das kann gut sein. So, dann lauf mal vor. Ich lauf dir gezielt hinterher. Verbindete Drohne näher ziehen. Ja. Die Samtex war gut geworfen, findest du nicht? Also, das war eindeutig Pro-Gaming. Das habe ich sofort gesehen. Ich habe sofort gesehen, wo du die Granate geworfen hast. Alter, mit dem ist nicht zu spaßen. Das habe ich sofort gesehen. Genau. Alter. Warum ist das Spiel so scheiße laut heute? Warum höre ich immer noch nicht zu? Du... Beschwer dich mal nicht, dass das Spiel so laut fährt. Ich höre gar nichts. Traurig. Ah, ich will nicht sterben. Ich bin tot. Liebe Community, bitte ein A-W-W-W-W-W in die Kommentare schreiben. Zeige Mitleid. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Mein Ton ist aus. Aber obwohl mein Ton... Deine hässliche Mutter stinkt so dermaßen auf Fisch, dass du mich gerade gekillt hast. Mann! Das Radar... Raten, Jungs. Nase! Und ich bin drückt. 425 ist schlecht. Hey, wo ist er? Ich habe ihn gesehen. Nein! Wo ist er? Da ist er! Nein! Der Drexler kommt aus dem Fenster gescheißert. Hallo! Ich will auch mal töten. 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 Töten ist die beste Lösung. Töter. Dadurch steckt man Ränge auf. Wird befördert. Hörgüter sein Tod. Ähm... Alter, was ist denn los heute? Au, au, au! Warum? Stippt der Mensch. Der war schon fast tot, dann... ...und er wird getötet. Muss ich ja mal zugeben. Aber natürlich war ich trotzdem noch... ...besser. Ha! Überhaupt kein Eindruck von Selbstlob. Überhaupt nicht. Aaaaah! Nerv! Hallo! Hallo! Wannigande! Glauben wir nicht hinterher bitte? Oh Mann, oh! Das... ...erregt meine Nerven zu sehr. Er bitte was? Er bitte... Ich hab nichts gesagt. Der Feind! Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh! Primärkannten leer. Nein! Nein! Bin ich tot? Kennst du's, wenn der Bildschirm weiß ist? Oh ja! Alter, wie schlecht war das denn? Ha! Ha! Du wurdest gebessert! Ich? Ja! Gah! War da schlecht! Nu! Steht da! Wir haben den Vorteil verlor! Schmeiß nicht! Ah! Scheiß Nase! Ich geh mal gleich Nase putzen alter! Hat nichts gebracht! Und... Man sollte so ganz klein den Arzt aufsuchen. Aber wenigstens ist... Dann soll's doch den Arzt suchen. Zuruf von ihnen nebenbekommen. Du kennst den Text! Bamba, ba, bam, 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 bam. Getötet. Out! Hey, was war das denn? Von daher leeren! Also fünf zu zehn nur das ich bin fast so gut wie du du das vier zu neuen. die ehemalige und mal was habe ich 4 zu 9 nein da war das nicht ich habe gedacht er läuft um ich habe es ein 5 zu ziehen jählen Reganer Teilhäuser Ruhr nein ich bin fast ich bin fast und getötet oder dritten ich habe gehört du hast lotto gespielt und du hast verloren wie kann man bei verlieren abhand ich hab's erwischt so blitzschläge erreicht mich recht selten um ehrlich zu sein nicht irgendwie ich bin irgendwie anziehen hat auch wiederum was gutes hat auch wiederum was gut als gegner die jahr okay oder der war abstand zu sehen und wohl und es wird zu gehen nur zu tun vor allem da hat der Arsch sich um hat er sich gebückt ich glaub's nicht künstler von Helmholtz-Puppet-Portz demnach muss die gehen uns ab in der Höhre haben sie so Fingerpumpen kennt es der kleine süße Pöckchen um im Besuch der Beobachtung der Töten und er wird uns alle umbringen da haben wir unterricht so ich nicht über den Bektor aber zuerst bist du dran Union ich habe einfach was in den Schatten Minden Prozent Leute einfach ohne Grund Prozent einfach ohne Hirn und Verstand auch noch zentrierten das um zu richtigen ja dass er verkehrt so ist muss zwei Jahre sieben zu vierzehn sieben zu zwölf so ach deine Mutter oh der war fast tot gut gut das war wieder eine schöne Folge und ich gehe jetzt erstmal Nase putzen weil mir läuft hier der Saft aus der Nase raus das ist ekelhaft genau in der Tat ja hey schnell ziehen jawohl so ich verlasse mal die Party und wir sehen uns äh ja morgen wieder ok bis dann so vielen vielen Dank dass du dir das Video angeguckt hast äh bin ich sehr dankbar natürlich für Kommentare bin ich natürlich auch relativ offen sag ich mal äh du kannst bei mir mal bei äh auf meinem Hauptkanal bei YouTube halt wobei gucken Twitter oder Facebook da bin ich auch vertreten mittlerweile auch Google Plus das ist jetzt hier gerade nicht eingeblendet der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung ähm ja was gibt es noch zu sagen nichts einfach nichts gut wir sehen uns vielleicht beim neuen oder beim nächsten Video von mir äh oh co ja